Gregor Gysi hatte doch zuerst Sarah Wagenlechts Kundgebung am Brandenburger Tor unterschrieben und jetzt fordert er Sarah auf, ihr Mandat zurückzugeben. Wie passt das zusammen? Also, wenn ich Einstein wäre, würde ich sagen, ein Freund von mir hat sich mit Gregor Gysi und seinen inneren Befindlichkeiten befasst. Zum Glück hatte ich es nur mit der Relativitätstheorie zu tun. Gregor Gysi ist ein Buch mit sieben Siegeln und manchmal, und das ist schon ärgerlich, unterstützt er eine Sache, um sie anschließend zu versenken und selber dabei besonders wichtig auszusehen. Ich habe mich schon gewundert, warum er Sarahs Manifest unterschrieben und dann die Kundgebung am Brandenburger Tor unterstützt hat und jetzt finde ich es geradezu grotesk, von Sarah die Rückgabe des Mandats zu fordern. Also ich kann nur sagen, Sarah Wagenlecht hat mehr als viele andere Abgeordnete des Deutschen Bundestages, das gilt nicht nur für die Linke, ihr Mandat mit eigener Popularität, mit eigener Messerschaffenanalyse, mit eigener rhetorischer Glanzleistung in Talkshows auf Kundgebungen verdient und erwirkt. Also es sollten viel mehr andere darüber nachsinnen, ob sie ihr Mandat zurückgeben sollten, aber nicht Sarah Wagenlecht.